Hallo liebe Zuschauer! Die Leute glauben, dass dies aggressive Kampfhunde sind, die bereit sind, jeden zu zerreißen, der sich ihnen nährt. Aber das ist grundsätzlich ein Missverständnis. Ja, Pitbulls sind wirklich starke und robuste Hunde, aber keineswegs aggressiv, sie werden von skrupellosen Besitzern gemacht, die Bosheit in ihren Haustieren kultivieren, um an Schlachten teilzunehmen. Sie lieben den Besitzer von ganzem Herzen und sind bereit, ihm bis zum letzten Atemzug zu glauben. Und die heutige Heldin, ein Pitbull namens Lara, hatte einen Lieblingsbesitzer. Und sie war bereit, alles für ihn zu tun, bis er sie eines Tages allein mitten im Wald an einen Baum gefesselt zurückließ. Ohne Nahrung und Wasser und ohne die Fähigkeit, alleine zu überleben, sterben zu müssen. Aber das Traurigste an dieser Geschichte ist, dass die Menschen, die in der Nähe dieses unglückseligen Waldes leben, wussten, dass der Hund darin starb, aber Angst hatten, sich ihr zu nähern, weil sie Vorurteile über das Temperament von Pitbulls hatten. Und das ist nicht das Ende der traurigen Nachricht. Lara war schwanger und aus diesem Grund hat der skrupellose Besitzer ihr das angetan. Das Seil erlaubte dem Hund nicht, ein Versteck zu finden, und sie brachte Welpen direkt unter dem Baum zur Welt, an den sie gebunden war. So wurden vier winzige Leben geboren, die Liebe und Fürsorge brauchten. Lara konnte kein Futter für sich finden, aber sie gab ihren Welpen ihre ganze Kraft. Zehn Tage lang beschützte sie sie so gut sie konnte und fütterte sie auf Kosten ihres eigenen Lebens. Aber am Ende gab es anscheinend jemanden von den Einheimischen, dessen Herz die Gewissensbisse nicht ertragen konnte, und er meldete das unglückliche Tier den Rettern. Rettungskräfte, die am Tatort ankamen, fanden Lara in einem beklagenswerten Zustand, sie war extrem erschöpft und dehydriert. Vor allem aber waren sie überrascht, dass sie Welpen fanden, die Lara mit letzter Kraft rettete, indem sie sich opferte. Es ist unmöglich sich vorzustellen, was die Hunde in diesen langen zehn Tagen durchmachen mussten. Lara war eine echte Heldin. Retter wollten nicht, dass Lara und ihre Kinder nach allem, was sie erlebt hatten, in ein Hundeheim kommen. Sie brauchten ständige Pflege, und eine qualitativ hochwertige Pflege kann nur in einer liebevollen Familie erreicht werden. Und sie hatten Glück, sie haben es geschafft, sehr schnell ein neues Zuhause für Lara und ihre Kinder zu finden. Aber Linda, Laras neue Geliebte, erwartete unangenehme Komplikationen. Nach diesem Vorfall verlor Lara das Vertrauen in die Menschen und weigerte sich, Essen aus den Händen der neuen Gastgeberin anzunehmen. Linda gab jedoch nicht auf und ergriff alle möglichen Maßnahmen, um Lara zu beweisen, dass sie sie liebt und sie niemals beleidigen wird und dass weder sie noch ihr Baby mehr in Gefahr sind. Und nach ein paar Tagen ständiger Pflege taute Lara auf und akzeptierte die Liebe ihrer neuen Herren. Als sie ihrer neuen Familie vertraute, lernten sie, was ein freundlicher, liebevoller und dankbarer Hund bedeutet. Freunde, unterstützt meinen kleinen Kanal mit Leaks und Abonnements. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in den nächsten Ausgaben auf dem Kanal über unsere Lieblingstiere.